Ja, Part von mir und zwar spielen wir Heiden Sieg. Ich bin jetzt gerade ein Sandstein. Ja, ich spiele, also ich habe jetzt die, ähm, also ich habe jetzt Minecraft 1.5, glaube ich. Ja, sorry, wenn ihr jetzt gerade keinen, fuck, Minecraft Sound hört, aber, ja, ich kann nichts dafür, weil irgendwie, als ich heute Minecraft gestartet habe, ist irgendwie die ganze Zeit kein Sound, aber ich habe keinen Plan. Ich packe dann einfach irgendeine Musik da rein und dann läuft das auch schon. Ja. Und ich habe mal heute einen kleinen Mitspieler dabei und zwar, ähm, wie hieß der nochmal? Äh, 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 Poker7, glaube ich. Okay, ich habe immer noch kein Versteck gefunden. Oh, fuck, 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 da ist schon einer, da ist schon einer. Ah, da, genau der. Wie heißt der? Poker, oder Pokerun. Pokerun. Oh, und der hat, der hat uns nicht gesehen. Ja, äh, äh, das wird jetzt öfters kommen und zwar bin ich hier auf dem Server, der heißt, äh, keine Ahnung. Ich packe euch dann einfach, äh, den Server in die Beschreibung. Was gibt es denn hier nochmal alles? Hier gibt es einmal, glaube ich, ähm, Cube, ja. Cube Control gibt es hier einmal, dann halt Heiden Sieg, äh, dann Hunger Games, äh, da, also ganz, ganz viele Lobbys gibt es hier. Ich zeige das auch nochmal später. Und ich zocke hier das schon die ganze Zeit, weil das macht richtig Laune. Und ja, ich habe, äh, kein Skin, weil ich habe eigentlich in dieses Texture Pack ein Skin eingefügt, aber der geht jetzt irgendwie nicht. Und das ist halt scheiße. Ich müsste drüber gucken. Und wenn nicht, nehme ich einfach ein anderes Texture Pack oder sowas. Und dann, ja. So. Ja, okay, da läuft gerade noch rum. Ach ja. Und ich werde verschiedene Dinge zinspielen, also sozusagen jetzt Lobbys. Wie zum Beispiel Hunger Games, wenn wir einmal spielen, da muss man sozusagen halt überleben. Da kannst du halt dann alles abhauen und sowas, glaube ich, genauso wie bei Ender Games ist das. Da hast du auch Känguru, äh, dann hast du da einen Boxer, dann sozusagen so einen Bogenschützen. Und ja, das läuft auf jeden Fall. Wie viele Dinge sind... oh, okay. Und der einen, von dem ich gerade gesprochen habe, dieser, äh, Pokerun7, der habe ich auch so gefragt, äh, wartet, kann ich ja mal zeigen, kurz. Äh, wartet mal, pio. Da ist er, da ist er, da ist er, oh, 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 oh komm schon ja bei der 10 sekunde rennen wir los einfach so jolo-like oder like jolo ok da ist wieder diese eine graue busch ok noch 50 sekunden ach das ist immer schön kannst du irgendwas machen schade dass es Black Ops 2 nicht so einen Server gibt suchen verstecken irgendwie da bist du auch oder bei Gary's ah ne bei Gary's Matus ist das ja glaube ich das heißt ja glaube ich Crop Hunt oder sowas ok ein Haider ist schonmal ach ein Seeker ne ein Haider ist schonmal gestorben oh 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 ok YOLO da nein ja wir haben sogar noch gewonnen haha GG GG oh haha wir haben sogar noch gewonnen lol Boah Okay, dann würde ich sagen, war es das auch mit der Runde Ich mache jetzt immer nur eine Runde und nicht zwei Und ja, dann haut da rein Und bis zum nächsten Mal Ciao